Sushi mit Erdbeeren, 2 Stangen Staudenzellerie, 4 Stangen weißen Spargel, 50 Gramm Zuckerschoten putzen bzw. schälen, klein schneiden, getrennt in Wasser garen. Ein Halbkopf Salat, 25 Gramm pro Sen auf 2 Teller verteilen. 125 Gramm Erdbeeren in eine türkische Liga süßer Sojasauce marinieren, darauf geben. 1 gehackte Knoblauchzehsaft von 1 halb Limette, 125 Milliliter Kochcreme, Klammer auf zum Beispiel Ramakremfin, Klammer zu, eine türkische Liga Wasabi Paste, eine türkische Liga Zucker, 11 zweiter Esslöffel Reises, sich Salz, Pfeffer verrühren. 2 Reiskletter wässern, mit etwas Dressing beträufeln, mit Gemüsebelegin einrollen. In 2010 G Sesam wälzen mit Salat und Dressing.